Die Mitglieder von Assets Wow sind berufstätige junge Erwachsene. Die berufstätigen jungen Erwachsenen stellen in Städten mit einer großen wechselnden Bevölkerung Plakate auf. Sie informieren die Bürger über die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels und der globalen Erwärmung. Dabei sprechen sie das Bewusstsein der Menschen an. Die Klimawandels und Klimawandels bekunden die Menschen ihr Interesse an der Umwelt und beschließen, die Umwelt in ihrem alltäglichen Leben zu schützen. Die Klimawandels und Klimawandels Die Umweltkampagnen, bei denen die berufstätigen jungen Erwachsenen die Hauptakteure sind, zielen darauf ab, schrittweise Veränderungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene herbeizuführen. Assets Wow besucht die Regierungen und lokalen Gemeinden in jedem Land, um sie darüber zu informieren, dass der Klimawandel eine Bedrohung für die Sicherheit der Menschheit in der gemeinsamen Verantwortung aller liegt. We are humbled by your presence and your support. So, to Norma and the team, thank you very much for everything that you do. So, to Norma and the time to overlap, you decrease die Musik Musik